Moin moin und servus meine Buben und Stuten. Wir sind wieder hier bei News Spekulatius und ich denke heute ist es doch wieder einmal an der Zeit. Ja, über das räudige und lausige Thema der Nintendo Directs zu reden, sind sie eventuell doch noch nicht gestorben. Sind sie eventuell doch noch nicht für tot erklärt worden. All das und vieles mehr werden wir heute herausfinden, denn es sind Gerüchte aufgetaucht, dass es eventuell im Juli eine Direct geben soll. Was dahinter steckt und ja, ich sag mal, wie credibil das alles ist, all das und vieles mehr in diesem Video. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, um das Video zu supporterisieren und ja, abonnierisieren sie doch gerne hier rein für die kompletten Kicks und ja, für mehr, eventuell mehr Nintendo Directs in der Zukunft. Ja, ich hatte vor einigen Wochen mal darüber berichtet gehabt, dass es eventuell gar keine Directs mehr geben könnte in Zukunft. Und aufgebaut haben wir diese These dadurch, dass Nintendo ja vor geraumer Zeit angefangen hat, andere Wege einzuschlagen, als Spiele in einer Direct anzukündigen, wie es halt normalerweise üblich ist. Sondern sie haben in letzter Zeit immer mehr und mehr über die Social Media angekündigt. Über die ganzen Social Media Kanäle, Instagram, vor allen Dingen auch Twitter. Und ja, das beste Beispiel dafür war ja Paper Mario, so Origami King, das ja am 17. Juli rauskommt. Dieses Datum werden wir uns vergleichen nochmal ein bisschen merken, Brüder. Aber, das wurde am 14.05. angekündigt. Also, an sich schon vor fast zwei Monaten und seitdem gab es halt keine Direct. Und wir sind durch den E3-Zeitraum durchgeschritten. So, äh, das müsste... Ja gut, also es gab ja dieses Jahr keine E3, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieser Zeitraum, wo sich sehr viele Spieleentwickler und, ähm, ja auch generell Gaming-Firmen gedacht haben, Wir kündigen mal, äh, Objekt XY an, Konsole dies, äh, Konsole das Spiel, dies und jenes. Und, äh, ja, einige davon haben wir ja auch schon gesehen, diese Präsentation. Von Sony zum Beispiel oder von vielen, vielen weiteren auch EA. Da haben sie ja auch Apex angekündigt gehabt. Ist ja alles im letzten Monat passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Von Nintendo war im Juni keine Spur. Aber, ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt einen neuen Hinweis oder beziehungsweise einen, ja, ähm... Es wurde ein Stein ins Rollen geworfen. Oder wie sagt man dieses Sprichwort nochmal genau? Der Stein wurde ins Rollen gebracht auf Twitter durch den, ja, User Kallios. Das ist ein, ich glaube, französischer, ähm, Redakteur auf einer Pokémon-Seite oder so. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, der treibt so eine Pokémon-Fan-Seite. Ähm, Poké Carlos müsste das, glaube ich, sein. Und am 30. Juni hat der gute Jeff Grubb auf Twitter nochmal gepostet. Jo, was erwartet uns so, was ist so der Terminplan? Das sieht ja alles auch wieder nach sehr viel Chaos aus, ne. Und, ähm, man sieht hier Ubisoft E3 kommt am 12. Juli, ne. Also, man sieht diese ganze Spiele-Ankündigungs-Zeitraum hat sich halt von Juni auf, ich glaube, sogar bis August gezogen. Das seht ihr jetzt zwar gerade nicht, aber hier seht ihr zum Beispiel August. Und hier sind sehr, sehr viele Angelegenheiten, die uns noch im Juni, ähm, im Juli erwarten. Aber ihr seht, auch Nintendo ist hier nicht dabei, ja. Sogar Gamescom ist, sogar die Gamescom wird erwähnt. Und, Wildcard Nintendo, who knows what it will do. Ganz unten, aber natürlich auch ohne Zeit-Release. Und da hat der, äh, Kelios, auf den wir jetzt zurückkommen, ähm, geschrieben. You forgot Nintendo Direct in July. Doppelpunkt 3. Hm. Ja, der Smiley ist sehr je, aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass, ähm, naja. Ja, er halt einfach gerade etwas in den Raum geworfen hat. Und etwas, und das war der Stein, der ins Rollen gebracht wurde. Ins Rollen geworfen worden ist, ah ja. Ähm. Ja, und zwar, er sagt, jo, die Direct, äh, die nächste von Nintendo, äh, hast du vergessen, trag das mal besser nach, du Schwein. Im Juli. Und, äh, wie kommt der jetzt da drauf? Wie, wieso sagt er, out of context, einfach so Juli und 300 Leute, liken das? Warum ist das so? Weil der Bruder scheinbar sehr kredibil zu sein scheint. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen in der letzten Zeit überhaupt mal aufgeschnappt habe, aber er ist, man könnte sagen, ein Leaker. Ja, er ist jemand mit internen Quellen zu Nintendo. Und seine internen Quellen zu Nintendo seien wohl sehr kredibil. Und, ähm, ja, diese Insider-Quellen, die er hat, scheinen ihm wohl vermittelt zu haben, jo, im Juli kommt eine. Ihr habt gedacht, die Directs sterben. Falsch gedacht. Komm im Juli raus. Trottel. Oh, juhu. Ja, und rasten halt jetzt alle. Also, das Ding ist, dieser Kallios hat sehr viele Fanboys und, äh, so nach dem Motto, wenn er etwas sagt, dann ist das für die anderen heilig. Und wenn sie sagen, oder wenn Kallios sagt, die Direct kommt im Juli, da sagen die Fans, ja, der Juli ist mir auch heilig. Ja, und, äh, dementsprechend gehen jetzt sehr viele davon aus, dass es in diesem Monat zu einer Direct kommt. Ja, das ist der Hinweis. Ja, das ist der, der Grund, warum jetzt alle davon ausgehen. Ähm, soll ich euch meine Meinung dazu sagen? Ähm, ja gut, ich glaube, ich habe das Wichtigste noch gar nicht erwähnt, ne? Und zwar, dass der Bruder, dieser Kallios, die Direct Mini, die ja diesen März gekommen ist, ja, damit ihr jetzt mal das richtige Bild von dem bekommt, er hat vorausgesagt, dass es eine Direct im März geben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf den Tag genau geschafft hat, oder aber auch sagen konnte, ob es eine Mini werden wird, was die am letzten Ende war, was auch unsere letzte Direct ist, und ich glaube, die letzte richtige Direct, die war letztes Jahr im September. Also, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit, dass eine kommt. Also, viele gehen halt eben davon aus, darunter auch seine Fanvoice, dadurch, dass der Bruder halt eben schon die Direct Mini im März voraussagen konnte, sagen jetzt alle, weil der Juli gesagt hat, Mashallah, es wird stimmen. Ob das stimmen wird? Na, wir gucken mal. Also, ich würde es mir wünschen, so, das wäre natürlich immer so, das, ne, was soll ich euch sagen, wenn ihr sagt, Kai, meinst du, das ist echt? Glaubst du, dass jetzt kommt eine? Ich würde mir wünschen, es kommt eine so. Ich will auch wissen, was uns noch in diesem Jahr erwartet. Ich denke mir halt, jeden Tag so, ja, es kommt doch nichts raus, was soll ich euch denn zeigen? So, was soll ich denn spielen, Mann? Jetzt kommt es halt hier am 17. Juli, komm, zahlt jetzt hier Paper Mario, wo ich mir denke, na, auf geht's! Werden wir uns ziehen und reinziehen, vor allen Dingen auch. Aber, naja, wir wissen halt noch nicht, was in diesem Jahr kommt. Daher wäre es geil, wenn eine Direct kommen würde, die uns ein bisschen sagt, was, 2020 noch kommt, gerade so zur Weihnachtszeit. Und, um, ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen, also, wir müssen auch ein bisschen realistisch sein, ne? Vor ein paar Tagen habt ihr es vielleicht mitbekommen, es gab eine Investorenkonferenz und auch dort ein internes Gespräch bei Nintendo, welche sie natürlich auch nach außen getragen haben und ein bisschen geflext haben mit diversen, ähm, ja, ich glaube, Zahlen, oder, ich weiß gar nicht, ob es Zahlen waren, aber es waren Investorengespräche und da wurden auch ein paar Infos rausgehauen, aber, wahrscheinlich wurde da auch wieder ein bisschen rumgeflext und, äh, dort wurde natürlich auch gefragt, yo, was ist denn mit den Directs? Was ist damit? Man hat den Präsidenten von Nintendo, äh, der Mr. Furukawa, man hat ihn kontaktiert oder man hat ihn konfrontiert auch mit der Frage, was ist denn mit den Directs? Und, er, ja, ich weiß nicht, ob er diese Frage gestellt bekommt oder bekam oder ob er es selbst angesprochen hat, das Thema der Directs, jedenfalls hat er gesagt, die Directs seien effektiv, aber die Zeiten ändern sich und das soll halt bedeuten, ähm, ja, Directs erfüllen ihren Zweck, aber es gibt auch andere Möglichkeiten und, naja, wir sind halt jetzt im Jahr 2020, da müssen wir ein bisschen gucken, ne, wie können wir das Ganze noch optimieren? Denn scheinbar ist, die Form der Directs für Nintendo, äh, ist, wie gesagt, effektiv, aber geht besser. Sie haben es ja auch versucht in der letzten Zeit. Wie gesagt, der 14. Mai, da haben sie auch Paper Mario Origami King angekündigt, wieso hat man das nicht in einer Direct ankündigen können oder, wieso hätte man den Release nicht verschieben können, also den Release der Ankündigung vom 14. Mai nicht auf die nächste Direct schieben können, um halt die Direct mit noch mehr Content zu füllen. Hm, weil sich vielleicht Zeiten ändern, und man sich denkt, ja, so ein Social Media Tweet mit einer Ankündigung, ach, kommt jetzt in zwei Monaten raus, hier, gönnt euch, vielleicht ist das effektiver als eine 30 Minuten Konferenz oder Präsentation, äh, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, warum das, warum ein einzelner Tweet mehr Gehalt haben sollte als eine komplette Direct, wo man auch irgendwie mehr als nur einen Trailer zeigen kann, sondern auch wieder, wie man es von Nintendo kennt, Sachen erklärt, Sachen genauer zeigt, die Entwickler sprechen lässt, finde ich halt, klar, natürlich ist das halt langsamer vom Output her, als jetzt einen Trailer rauszuhauen, aber man will ja auch ein bisschen was dazu wissen. Aber Nintendo hat sich das aufgeteilt, ja, ich wollte schon seit drei Minuten trinken, ohne witzig, ich halte das Glas seit drei Minuten fest. Jedenfalls Nintendo hatte ja in der letzten Zeit auch, also in den letzten Tagen pushen die auf Twitter sehr, sehr viele Paper Mario Ankündigungen und so. Also Ankündigungen im Sinne von, die hauen Infos raus zum Spiel, zu gewissen Charakteren und so und zum Gameplay, zu den Mechaniken, die hauen da einige Sachen raus. Aber irgendwie, ähm, ja, können sie auch machen und man sieht auch so, teilen sie sich das ja auf. Also statt das in der Direct, so per Trailer zu zeigen, nochmal zu erklären, was abgeht, mit einem Kommentar dahinter und dann vielleicht noch Entwickler, äh, Kommentare einfangen oder was auch immer man da macht, äh, gibt ja da viele Möglichkeiten, ne, muss man abwägen, was effektiver ist. und, das ist halt eben ein Konzept, das Nintendo jetzt scheinbar zu nutzen versucht und dort sagt man halt eben, ja, neue, bessere Konzepte und wir prüfen immer gerne alle Möglichkeiten, um die Information an unsere Kunden weiterzugeben. Also letzten Endes, Informationen werden weitergegeben an die Kunden und, ähm, statt das Ganze, vielleicht denkt sich Nintendo halt eben auch, statt irgendwie das Ganze auf alle drei Monatszyklen so aufzusparen, dass eine Direct kommen kann, punktuell macht man das halt eben dann jetzt. Da macht man es halt eben jetzt punktuell. Ah ja. Na, und wir dürfen noch nicht vergessen, ja, also, nochmal hier zu Covid-19, Nintendo hatte ja auch gesagt, dass dieser Covid-19-Ausbruch, ähm, für Nintendo jetzt auf langen Zeit, wenn nicht noch ein weiterer Lockdown und ein weiterer Ausbruch kommt, dann wird das Nintendos Geschäftsjahr dieses Jahr nicht beeinflussen. Und da war meine äh, Intention direkt, ja, Jungs, Bruder, dann haut doch mal jetzt die Direct raus und mal gucken, ob es jetzt im Juli soweit sein wird. Was denkt ihr? Denkt ihr, es kommt eine Direct im Juli oder denkt ihr, Nintendo, äh, wird das Direct-Modell fallen lassen auf ewig und wird sich halt eben darauf beschränken, Sachen jetzt nur noch ja, punktuell anzukündigen, statt in einer, in einem Video-Format. Schreibt es gerne in die Comments, würde mich sehr interessieren und, ja, hauen Sie rein und bei. Das war's fürs Video. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020